Jesus, meine Hoffnung lebt, haben wir gerade so wunderbar zusammen gesungen. Und wir fragen uns ja, worin besteht denn diese Hoffnung, die wir in Jesus haben? Ja, und unsere Hoffnung besteht darin, dass wir zurückschauen. Wir schauen zurück und wir stellen fest, Jesus Christus ist für uns in diese Welt gekommen. Er ist das Sühnopfer geworden, er ist das Lamm Gottes geworden, was am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, stellvertretend für deine und für meine Schuld. Er hat damit die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen. Gott straft seinen Sohn, sodass er uns nicht mehr Strafen braucht, der Preis ist bezahlt. Aber in Jesus Christus, im Glauben an ihn, bekommen wir ein neues Leben. Wir werden befähigt, von Gott her jetzt so zu leben, Menschen zu sein, die so leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Wie Gott es sich erdacht hat, wo er den Menschen so wunderbar und kunstvoll geschaffen hat. Und da schauen wir zurück und merken, ja, Jesus ist meine Hoffnung, weil nur er alleine kann mich retten. Nur er alleine kann das Problem meiner Sünde klären. Nur er alleine kann mich vor Gott rechtfertigen, sodass, wenn Gott mich sieht, er nicht mehr einen bestrafungswürdigen Sünder sieht, sondern ein geliebtes Kind Gottes. Aber das ist nur ein Teil der Hoffnung, die wir in Christus haben. Eine andere Hoffnung, die wir in Christus haben, die blickt nach vorne. Die schaut nach vorne. Und da möchte ich uns heute gerne mit reinnehmen in eine untypisch, typische Himmelfahrtspredigt. Und zwar habe ich den Titel meiner Predigt genannt, Weggegangen, um wiederzukommen. Weggegangen, um wiederzukommen. Wenn wir so die letzten Jahre unsere Himmelfahrtsgottesdienste vielleicht nochmal auf unserer Webseite oder unserem YouTube-Channel mal anschauen, dann merken wir, dass wir in den letzten Jahren viel auch darüber gesprochen haben, was bedeutet die Himmelfahrt theologisch? Was ist da wirklich passiert? Jesus geht in den Himmel zu seinem Vater, um die Königsherrschaft anzutreten. Er empfängt die Königswürde, so wie Simon es gelesen hat. Er ist der hohe Priester, der uns jetzt vertritt im Gebet. Er ist derjenige, der jetzt vom Himmel aus den Geist sendet, sodass sein Auftrag, die Ausbreitung des Evangeliums, gewährleistet werden kann. Und heute möchte ich auf einen anderen Aspekt der Himmelfahrt schauen, der aber genauso präsent ist. Und zwar möchte ich lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen, sonst habe ich hier auch es an der Wand. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Also der Er, der sagt es Jesus, und die ihn sahen, waren die Jünger. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Jesus fährt in den Himmel nach 40 Tagen mit seinen Jüngern. Und er fährt in den Himmel und seine Jünger schauen hinterher, wie Jesus auf einmal verschwindet, wie er von einer Dimension in die himmlische Dimension hinübergeht. Und während sie noch so in den Himmel schauen und sich fragen, wo dieser Jesus geblieben ist und was da auf einmal passiert ist, sind auf einmal zwei Männer da, die hier zwar nicht als Engel beschrieben, aber ziemlich sicher Engel sind. Zwei Boten Gottes, die den Jüngern jetzt eine wunderbare Trostbotschaft verkündigen, eine hoffnungsvolle Botschaft verkündigen. Und sie sagen, dieser Jesus, den ihr habt in den Himmel auffahrend sehen, wird auf derselben Art und Weise wieder zurückkommen. Und das ist die Spannung, in der wir auch heute viele hunderte Jahre später immer noch leben. Das ist gewissermaßen eine Dimension, die uns Himmelfahrt aufzeigt. Der Himmel ist geöffnet. Und wir leben unser Leben hier auf der Erde im Hinblick eines geöffneten Himmels. Und wir leben im Hinblick auf den wiederkommenden Herrn. Und ich fand das Bild, was uns Simon am Anfang vom Johannes-Evangelium aufgezeigt hat, wirklich so treffend. Der Petrus ist uns da einfach so ein wunderbares Vorbild. Er sieht Jesus und er lässt alles hinter sich und er wirft sich ins Wasser und er schwimmt Jesus entgegen, weil er eine tiefe Sehnsucht hat, seinen Herrn und Heiland, seinen Meister, Jesus Christus, zu begegnen. Und diese Haltung möchte ich uns ein Stück weit heute als hoffnungsvolle Botschaft weitergeben. Dass auch wir einen Blick zum Himmel haben, woher wir den wiederkommenden Jesus erwarten und dann genauso mit einer tiefen Sehnsucht alles hinter uns lassen, um bei Jesus zu sein. Und es ist wichtig, dass wir über die Wiederkunft Jesu nachdenken. Jemand hat mal gesagt, ein John Galsworthy, hat gesagt, wenn sie nicht über die Zukunft nachdenken, können sie keine haben. Was er damit sagen wollte, ist, wenn du und ich, wenn wir immer nur in Diesseits leben und immer nur so die nächste Etappe unseres Lebens vor Augen haben und nicht an die Zukunft denken und in die Zukunft investieren, dann kann es leichter zu kommen, dass wir diese verpassen werden. Dass wir letztendlich gar keine Zukunft haben werden. Und biblisch gesprochen ist das noch umso wichtiger, weil die Zukunft, die uns erwartet, etwas dermaßen Großartiges ist, dass wir gar nicht anders können, als uns auf diese Zukunft vorzubereiten und auf diese Zukunft hinzuleben. Das heißt, wir Christen sollten unsere Zukunft klar vor Augen haben. Leider, und da glaube ich, geht es euch ähnlich wie mir, so im Laufe des Alltags, mit der Arbeit, mit den Herausforderungen des Alltages, mit den vielen kleinen Dingen, die unser Leben immer wieder füllen wollen, mit Terminen, mit Planern, mit Uhrzeiten und so weiter, sind wir so schnell hineingezogen wie in einem Sog, in einem Strudel in das Diesseitige. Und unsere Gedanken und Überlegungen drehen sich sehr schnell nur um das Sichtbare, was wir direkt vor Augen haben oder das, was wir unmittelbar geplant haben. Und daher ist es sehr wichtig, mit der biblischen Gemeinde Jesu Christi, von Anfang an, mit diesen Jüngern, wieder einen Blick in den Himmel zu setzen, einen Blick einzunehmen, der in den Himmel führt und zu sagen, ja, wir schauen auf die Zukunft, die über das Diesseitige Leben hinausgeht. Damit diese Zukunft, damit dieser wiederkommende Jesus unser Leben hier auf der Erde bestimmen und definieren kann. Weil worauf wir hinleben, was unser Ziel ist, wird auch unseren Weg beschreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, reich zu werden, dann wird mein Weg auch genau sich mit diesem Ziel beschäftigen, um es letztendlich nicht zu verpassen. Wenn mein Ziel ist, den wiederkommenden Jesus Christus zu erwarten, dann wird das Konsequenzen für mein diesseitiges Leben haben. Und das ist immer wieder die Frage. Viele werfen den Christen vor und sagen, ja, immer wieder, wenn die Christen den wiederkommenden Jesus im Blick gehabt haben, dann haben sie sozusagen die Welt geräumt, haben sich irgendwo auf verlassenen Bergen zurückgezogen, so wie verschiedene Sektierergruppen, haben alles verkauft, haben alles hinter sich gelassen, und haben gesagt, es ist egal, nach uns die Sintflut, bald kommt Jesus, wir sind bereit, alles andere interessiert uns nicht. Ja, und tatsächlich gibt es in der Kirchengeschichte immer wieder leider solche Gruppierungen, die tatsächlich mit falschen Berechnungen und falschen Annahmen der unmittelbaren Wiederkunft Jesu zu solchen sehr fragwürdigen Aktionen gekommen sind. Aber ich finde, Hans-Joachim Eckstein hat ein wunderbares Zitat, was eigentlich die Gesamtchristenheit am besten beschreibt. Mal abgesehen von diesen Splittergruppen oder sogar Sektierern. Er sagt, im Gegensatz zu manchen Vorurteilen macht eine echte und lebendige Hoffnung weder diesseits flüchtig noch todessüchtig, sondern lebenstüchtig. Das heißt, wenn wir den Wiederkommenden Jesus erwarten, dann werden wir nicht sagen, die Welt ist uns vollkommen egal, meine Familie ist mir vollkommen egal, meine Arbeit ist mir vollkommen egal, unsere Gesellschaft ist mir vollkommen egal, es interessiert mich alles nicht mehr, ich ziehe mich überall raus und warte nur noch auf Jesus. Nein. Und auch, wir werden nicht so eine komische Todessehnsucht haben, jetzt irgendwie schnell sterben zu wollen, sondern nein, wir werden lebenstüchtig, wir werden lebensbejahend. Die Christen, die am meisten an den wiederkommenden Herrn Jesus gedacht und auf ihn gewartet haben, das waren die, die am aktivsten in ihre Welt hineingewirkt haben. Die versucht haben, so viel wie möglich mit dem Evangelium zu erreichen. Die so viel wie möglich versucht haben, in dieser Welt sich zu investieren und das Reich Gottes in diese Welt zu bringen. So wie Luther so treffend sagt, wenn ich morgen sterbe, pflanze ich heute noch einen Baum. Das zeigt diese Hoffnung. Ja, auch wenn Jesus morgen wiederkommt, investiere ich mich in den heutigen Tag und tue all das, was Jesus mir aufgetragen hat. Die frühen Christen waren geprägt von dieser Ausrichtung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und das hat ihren Auftrag umso effektiver und umso kraftvoller gemacht. Die Wiederkunft Jesu ist ein fester Bestandteil des Erlösungsplanes Jesu. Ja, Jesus ist gekommen und er hat das Erlösungswerk vollbracht und wir haben schon Anteil, aber dieses Erlösungswerk ist noch nicht vollendet. Wir sind immer noch in unserer sündigen Natur. Immer noch herrscht Ungerechtigkeit. Immer noch kann der Teufel Menschen versuchen und immer noch kommen Menschen zu Fall. Wir sehen also, wir sind in einer Spanne, wo Jesus wiederkommt und die letztendliche Rettung und die letztendliche Erlösung etablieren wird. Wann hast du das letzte Mal, Hand aufs Herz, über die Wiederkunft Jesu Christi nachgedacht? Wann hast du aktiv das letzte Mal in deinen Gedanken gehabt, Jesus kommt wieder? Vielleicht muss jemand sagen, in diesem Jahr habe ich überhaupt noch gar nicht dran gedacht. Das wäre traurig und ich muss sagen, ich denke auch viel zu wenig daran. Wenn wir uns das letzte Buch der Bibel vor Augen führen, das Buch der Offenbarung und wenn wir dort das letzte Kapitel in Augenschein fassen, Kapitel 22 und dort auch die letzten Verse, also wenn man so sagt, die Bibel endet, mit welcher Botschaft endet eigentlich die Bibel? Jetzt haben wir die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung 22 durchgelesen, dann merken wir im letzten Kapitel auf einmal so Worte wie Gebt Acht! Ich komme bald, sagt Jesus. Jeder, der sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtig richtet, ist glücklich zu nennen. Dann, ein paar Verse später, das sagte er mir, versiegle dieses Buch nicht, halte seine prophetischen Worte nicht geheim, denn die Zeit, in der sie sich erfüllen, in der sie sich erfüllen, ist nah. Das, was im Buch der Offenbarung geschrieben steht, ist nahe. Dann wieder nur zwei Verse später, ja, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Und wieder nur acht Verse später, der, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald, gewissermaßen der Geist und die Braut antworten, Amen, komm doch, Herr Jesus. So endet die Botschaft der Bibel, dass gesagt wird, ja, es geht noch weiter. Ich, Jesus, komme bald. Es wird sich das erfüllen, was im prophetischen Wort darüber gesagt wurde. Und das ist auch die Haltung, die die frühen Christen eingenommen haben. Sie grüßten sich mit dem Spruch Maranatha. Und Maranatha ist der Wunsch, Jesus kommt oder komm doch, Jesus. Und so begrüßte man sich in der Urgemeinde, wo man miteinander Gemeinschaft hatte, grüßte man sich und sagte, Maranatha. Man erinnerte sich gemeinsam daran, wir erwarten den kommenden Herrn, der wiederkommen wird und der für uns dann letztendlich sichtbar da sein wird. Ich habe für uns in den nächsten paar Minuten vier Schlagworte mitgebracht, an denen ich uns diese christliche Hoffnung kurz etwas näher bringen möchte. Ich weiß, dass man natürlich eine ganze Predigt-Serie machen könnte über die Wiederkunft Jesu, aber ich möchte es einfach mal so bei vier Begriffen belassen. Und der erste Begriff, der mir eingefallen ist bei der Wiederkunft Jesu Christi, ist das Wort Heimat. Wusstest du, dass wenn du Christ bist und irgendwas in deinem Ausweis steht an Staatsbürgerschaft, dass das nicht stimmt? Komisch, ne? Also eigentlich sollte alles stimmen, was in deinem Pass steht. Aber biblisch gesehen stimmt da nicht alles. Du bist zwar deutscher Staatsbürger, so nehme ich jetzt mal an, aber du bist eigentlich kein deutscher Staatsbürger, sondern du bist Bürger des Himmels. Deine Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Philippa 3, Vers 20 sagt so schön, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dorthin erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Wiederkunft Jesu Christi bedeutet für dich und für mich, dass wir nach Hause gehen, dass wir in unsere Heimat gehen. An anderer Stelle sagt die Bibel sehr deutlich, dass wir nur Botschafter sind. Botschafter sind Abgesandte eines Landes, die in ein fremdliches Land, manchmal sogar in ein feindliches Land, dort die Interessen des eigenen Landes vertreten und dort für die Leute vor Ort sind, die entweder was mit diesem Land zu tun haben wollen oder die auch die Bürger dieses Landes sind. Und ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber Deutschland hat zum Beispiel in zig Ländern einen Botschafter oder eine Botschaft irgendwo aufgebaut. Und ich glaube, die meisten haben natürlich die USA, die meisten Botschafter ausgesendet in die verschiedensten Länder. Und dieses Bild gebraucht die Bibel und sagt, hey, eigentlich dein Zuhause ist im Himmel, aber Jesus sendet dich als ein Botschafter mit einem Auftrag in diese Welt, in diesem Fall in eine feindliche Welt und er möchte, dass du die Interessen des reiches Gottes, des Himmels vertrittst. Und diese Interessen sehen so aus, dass wir eine Botschaft verkündigen und diese Botschaft lautet schlicht und einfach, lass dich versöhnen mit Gott. Du Mensch, der du noch in Sünde geknechtet bist, der du noch unter der Herrschaft des Teufels bist, lass dich versöhnen mit Gott. Eine ganz simple und einfache Botschaft. Das ist unser Auftrag. Wir Zeugen von Jesus Christus. Und deswegen gibt auch nach der Himmelfahrt der Vater und der Sohn den Jüngern den Heiligen Geist und allen Gläubigen seitdem den Heiligen Geist, damit sie Kraft empfangen, als Zeugen Jesu Christi in dieser Welt diese Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Das heißt, wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind hier nicht letztendlich an unserem finalen Ort, sondern wir sind in der Erwartung, dass einmal der Botschafter wieder heimgerufen wird, wo gesagt wird, du treuer Knecht, du wunderbarer Mitarbeiter, du hast deine Aufgabe treu ausgeführt, jetzt komm wieder nach Hause in dein Heimatland, da wo du dich wohlfühlst, wo du nicht mehr im Feindesgebiet bist, sondern wo du jetzt angekommen bist. Und das sagt der Hebräer Schreiber auch so schön, Hebräer 13, Vers 14, in dem er sagt, denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. auch hier wäre die Frage, was ist deine Sehnsucht? Wonach sehnst du dich? Vielleicht nach der nächsten Gehaltsauszahlung, vielleicht nach dem nächsten Urlaub, vielleicht nach irgendeinem schönen Ereignis, was da ist, das ist auch alles wunderbar, das gehört zum Leben auf dieser Erde dazu, aber unsere finale Sehnsucht, das, was unser Herz wirklich nur erfüllen kann, das sollte auf die Heimat im Himmel ausgerichtet sein. Es gibt so ein altes Lied, ich weiß noch, wir haben früher in der Gemeinde, wo ich war, gab es so einen alten Besuch, so hat er sich genannt, und dann sind wir mit einer kleinen Gruppe von Jugendlichen zu verschiedenen älteren Geschwistern gefahren und haben sie besucht und dann haben sie aus ihrem Leben berichtet und wir haben ein paar Lieder gesungen und so weiter und ich weiß, da war ein Bruder, der immer wieder gesagt hat, ach, was soll ich von der Vergangenheit erzählen, lass uns über die Zukunft reden. Und er wollte über den Himmel reden und er hatte so ein altes Lied, das kennen vielleicht einige von euch, so ein Wunschlied, immer wieder, was wir ihm singen mussten, wo es dann heißt, es gibt hier nichts in dieser Welt, was ganz mein Sehnen stillt. Drum zieht es mich hin, wo Jesus ist, der allen Kummer stillt. und das ist die Perspektive, zu sagen, ja, hier, gerade wir im Westen, wir haben uns das gut eingerichtet und ja, wir erleben manche Freuden durch Gottes Gnade, aber letztendlich müssen wir doch sagen, es ist nichts in dieser Welt, keine Freude, kein Erlebnis, kein Ereignis, kein anderer Mensch, der so ganz das Sehnen meines Herzens ausfüllen kann. Es bleibt dort immer so ein Loch, es bleibt ein Loch, wo nur Gott etwas hineintun kann, was uns ausfüllt, was uns tief zufrieden macht. Und dieses Loch ist unser Herr Jesus Christus und es ist die Heimat, die er für uns bereitet. Hier in dieser Welt, wie gesagt, ist nichts, was die Seele sättigt, sondern ganz im Gegenteil. Hier sind wir auf feindlichem Gebiet, es ist der Herrschaftsbereich des Teufels, er wird auch als Gott dieser Welt bezeichnet. Hier erleben wir Hohn und Spott aufgrund unseres Glaubens, vielleicht auch deswegen Schwierigkeiten, Benachteiligungen, sei es in der Schule oder am Arbeitsplatz, vielleicht werden wir gemobbt, dass sich andere gegen uns tun, schlecht hinter unserem Rücken reden, uns für ein bisschen komisch oder für Idioten halten. Immer wieder in dieser Welt sind wir herausgefordert, mit den Anfechtungen gegen die Sünde zu kämpfen. Wer kennt es nicht? Das ist auf einmal wieder die Sünde, die so verlockend ist. Und obwohl wir vielleicht wissen, dass es nicht gut ist, haben wir dann doch wieder gelogen und eine Abkürzung genommen. Und obwohl wir doch wissen, dass es nicht gut ist, haben wir wieder mal etwas getan, von dem wir wissen, das möchte unser Herr Jesus nicht. Wir kämpfen gegen die sündige Natur. Aus unserem Herzen kommen immer noch die bösen Dinge. Gedanken zum Ehebruch, Gedanken zum Mord, dass wir irgendjemanden verwünschen und ihn verfluchen und über ihn schimpfen. Immer wieder Kampf gegen die sündige Natur. Ständig diese Versuchungen und Verlockungen. Und das, was wir in dieser Welt glücklicherweise nicht erleben, aber vielleicht noch erleben werden, wir wissen es nicht, das ist die Verfolgung, wo es auch an unseren Körper geht, an unser Leib geht. Verfolgung um des Glaubens willen. Und wisst ihr, die Märtyrerzahl heute ist deutlich höher als in der Vergangenheit der Kirchengeschichte. Wir denken, ja, wir leben doch in so einer aufgeklärten Welt. Nein, auch jetzt heute sterben Christen, weil sie an Jesus Christus glauben. Sie sterben, weil sie sagen, ich glaube an Jesus, er ist mein König und nicht irgendjemand aus einer anderen Religion oder irgendein anderer Mensch, der sich da aufspielt. Das ist ein bisschen klein, die Schrift, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen, Offenbarung, Kapitel 6, werden uns die vor Augen gehalten. Dort heißt es, nun brach das Lamm, das fünfte Siegel auf, da sah ich unten am Altar die Seelen von denen, die man abgeschlachtet hatte, weil sie an Gottes Wort festhielten und ihm als seine Zeugen treu geblieben waren. Und sie riefen mit lauter Stimme, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du unser Blut an den Bewohnern der Erde rächst und sie richtest. Das zeigt, dass wir hier nicht zu Hause sind. Es ist Ungerechtigkeit da. Ungerechtigkeit, vielleicht erlebst du auch tiefe Ungerechtigkeit in dieser Welt. Dass auch, du merkst, es ist keiner da, der Recht spricht. Man lebt in so einer Spannung und hier, um des Glaubens willen, werden Leute abgeschlachtet. Und sie werden hier als Märtyrer unter dem Thron uns aufgezeigt, im Buch der Offenbarung, die zu Jesus sagen, Herr, wie lange noch lässt du das durchgehen? Wann kommst du und wirst Recht schaffen? Und wirst die Dinge wieder in Ordnung bringen? Und wirst der Ungerechtigkeit und dem Bösen endlich final Einhalt gebieten? Bei der Entrückung Jesu Christi, wenn er kommen wird, um die Gemeinde Jesu Christi zu sich zu nehmen, dann wird er uns endlich erlösen von dieser Welt. Er wird uns heimnehmen ins Vaterhaus, das er für uns bereitet hat. Für die Gemeinde Jesu Christi bedeutet die Wiederkunft Jesu auf der einen Seite Auferstehung von den Toten, für alle vorangegangenen Gläubigen, auch vielleicht für deine Angehörigen, die bereits vorangegangen sind. Für uns, hoffe ich, die wir noch leben, bedeutet es eine Verwandlung dem Herrn entgegen in die Luft. 1. Thessalonicher 4, Vers 13-17 spricht genau von dieser wunderbaren Hoffnung. Nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Wir wollten euch darüber nicht im Unklaren lassen, liebe Geschwister, denn ihr müsst nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und wiederauferstanden ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ebenso auferwecken wird. Denn mit einem Ausspruch des Herrn kann ich euch versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein werden. 2. Thessalonicher 5, Vers 13-17 Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall, der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Was für ein hoffnungsvoller, wunderbarer Text. Jesus kommt wieder, er wird rufen und wir werden zu ihm in den Himmel aufgenommen werden, in der Begegnung mit unserem Herrn. Wir verlassen das feindliche Gebiet, wir werden abgerufen als Botschafter in die Heimat. Freust du dich, in deine Heimat einzugehen? Freust du dich darauf, endlich da zu sein, wo keine Sünde, keine Verlockungen mehr, keine Ungerechtigkeit mehr herrscht? Ein zweites Schlagwort ist der Leib. Die Entrückung Jesu Christi bedeutet für uns auch Verklärung und Verwandlung. Auch wieder Philippa 3, 21. Ich finde es so schön, wie diese Übersetzung das sagt. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Hast du schon mal über dein Leib gesäufzt? Dass da nicht alles so funktioniert, wie du es dir vorstellst? Christen sind nicht leibfeindlich, ganz und gar nicht. Die Bibel hat einen sehr positiven Blick auf unseren Leib, als etwas, was Gott geschaffen hat, was er gut und weise geschaffen hat, super durchdacht. Aber leider sind an unserem Leib die Spuren des Sündenfalls sehr, sehr deutlich zu sehen. Der Verfall, der seit dem Sündenfall und der Fluch, der seit dem Sündenfall auf uns Menschen gekommen ist, zeigt sich deutlich an unserem Leib. Wir altern, keine Überraschung für euch, wir werden älter, manchmal erwarten wir den nächsten Geburtstag, ich glaube, viele von uns sind in einem Alter, wo sie sagen, nee, bleib mal ruhig noch weg, der nächste Geburtstag, lass mir noch ein bisschen Zeit, mein jetziges Alter, noch ein bisschen wenigstens zu genießen. Wir werden krank, alle machen die Erfahrung von uns, wir werden krank, leider einige in unserer Gemeinde sogar schwer krank mit Diagnosen der Unheilbarkeit oder mit Dingen, mit denen wir lebenslang leben müssen. Wir werden stark in unseren Fähigkeiten beeinträchtigt, verstaune ich manchmal, wenn ich so den 19-jährigen Willi so in meinem Geblick zurückschaue und denke, was der so alles konnte und was der so alles geleistet hat, gerade so im Blick des Sports und heute versuche ich ein bisschen Sport zu machen und werde schmerzlich daran erinnert, dass ich älter geworden bin. Es geht nicht mehr so, ich kann nicht mehr so laufen, ich kann nicht mehr die Dinge tun, der Kopf will es noch alles und von außen sieht es jämmerlich aus, der Versuch, es wieder zu tun. Wir sind beeinträchtigt in unseren Fähigkeiten und wir werden vielleicht älter und sind sogar auf die Hilfe anderer angewiesen. Wir können es nicht mehr alleine. Wir brauchen andere Menschen, Menschen, die uns zur Seite stehen, die uns helfen oder wir brauchen Hilfsmittel, Hörgeräte, Brillen, Stöcke, Rollator, was auch immer, Rollstühle, was es da auch alles gibt und glücklicherweise haben wir eine wunderbare Technik, die uns da sehr entgegenkommt und uns hilft, mit vielen Dingen noch zurecht zu kommen. Bei der Wiederkunft Jesu Christi haben wir die Hoffnung, diesen Leib endlich abzulegen. zu sagen, ja, diesen vergänglichen Leib, der mir so viel Mühe macht, der einfach nicht so schlank bleiben will, wie ich es will, den darf ich endlich ablegen. 1. Korinther 15 spricht so wunderschön davon. 1. Korinther 15, Vers 50 Ich versichere euch, liebe Geschwister, ein Körper aus Fleisch und Blut kann keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Etwas Vergängliches kann nicht unvergänglich werden. Hört zu. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Blitzartig. In einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich. Und wir, wir werden verwandelt. Denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen, diese sterbliche Unsterblichkeit. Das ist die wunderbare Hoffnung. Ich weiß, ihr alle wart oder viele von euch waren schon mal bei einer Beerdigung. Und ich glaube, so der emotionalste Moment oder der schwerste Moment ist wirklich der Moment, wenn der Sarg in die Erde runtergelassen wird. Es ist wirklich so ein krasses Bild der Endgültigkeit. Es wird so etwas jetzt versenkt in die Erde. Meistens überkommt dann wirklich eine tiefe Trauer. Vielleicht sogar auch ein tiefer Schmerz und eine Verzweiflung. Und ich habe jetzt schon an einigen solchen Gräbern gestanden, wo ich auch einen Dienst auszurichten hatte. Und man kann gar nicht anders, als so tief mitzufühlen und sagen, ja, dieser unverwesliche Leib geht jetzt wieder zurück und er zerfällt dort in dieser Erde. Und dann freue ich mich immer so sehr, dass ich aus Gottes Wort etwas verlesen darf, was einen großen Unterschied macht. Und zwar vergleicht Paulus dieses Herabsetzen des Leichnams in die Erde mit einem Samen, den man in eine Erde gibt. Viele von euch, die einen Garten haben, kennen dieses Prozedere. Man pflanzt einen Samen in eine Erde und man wartet eine gewisse Zeit und auf einmal kommt ein kleiner grüner Halm aus der Erde. Und auf einmal sieht man, es kommen Blätter und auf einmal kommen vielleicht noch Früchte und so weiter daran. Und so vergleicht Paulus unser Leib, der wie ein Same in die Erde gelegt wird. Und wenn Jesus wiederkommt und dieser wunderbare Ruf, dieses Engelfürsten erscheint, wird die Erde, auch wenn da alles schon verwesst ist, wird diesen Leichnam wieder hergeben und es entsteht eine wunderbare Frucht, nämlich ein unverweslicher, unvergänglicher Leib, den wir annehmen werden und so werden wir Jesus entgegen gehen in Perfektion. Fleisch und Blut können nicht die Ewigkeit erben und deswegen müssen wir Fleisch und Blut, das, was uns jetzt noch von der Ewigkeit trennt, müssen wir ablegen. und wir dürfen sicher sein, wir werden einen neuen Leib sein, wo das sich verwirklicht, was auch in der Offenbarung dann beschrieben wird, jede Träne wird er von ihren Augen wischen, es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz, was früher war, ist für immer vorbei. Wenn man so jung und im Leben steht, dann faszinieren einen diese Worte nicht, aber ich glaube, wenn man einen lieben Menschen verloren hat, wenn man mit tiefer Krankheit zu kämpfen hat, wenn man diesen Verlust so deutlich spürt, wenn das ganze Leben irgendwie auf den Kopf gestellt wurde, durch die Verweslichkeit dieses Lebens, dann weiß man, so ein Vers zu schätzen. Dann weiß man, was es bedeutet, dass wir einmal in der Ewigkeit sein werden und ich stelle es mir vor, wie Jesus kommt mit so einem Taschentuch und sagt, hey, keine Tränen mehr. Ich meine, wir werden ja gar nicht erst anfangen zu weinen, aber ich stelle es mir so vor, als wenn abgewischt. Kein Tod mehr, keine Traurigkeit mehr, keine Trennung mehr, keine Unverweslichkeit ist mehr hier, nichts Vergängliches ist mehr hier. Perfektion, absolut genial, einen Leib, in dem wir sein dürfen, der für so etwas hier nicht mehr empfänglich ist. Was für eine wunderbare Hoffnung. Jesus kommt wieder und wir werden verwandelt werden. Ja, und Paulus sehnt sich danach, gar nicht erst in die Erde gelegt werden zu müssen, sondern sagt, ich wünschte mir, dass ich dieses alte Kleid anlasse, aber mit dem himmlischen Kleid einfach überzogen werde. So zack, ich kriege das neue einfach angezogen. Und damit sagt er natürlich die Hoffnung, ich wünschte mir, ich würde leben, wenn Jesus wiederkommt. Dass ich gar nicht erst als vergänglichen Leib in die Erde gelegt werde, sondern dass ich gleich überzogen werde mit diesem neuen Leib. Das ist die Hoffnung, die Paulus hat im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu. Vielleicht, wenn du das nächste Mal in deinem Spiegel schaust und wieder irgendwas auszusetzen hast, dann denk daran, Jesus kommt und er macht es perfekt und genüge dich mit deinem unperfekten Leib. Dann ein drittes Schlagwort ist das Wort Schauen. Bei der Wiederkunft Jesu Christi werden wir vom Glauben zum Schauen übergehen. Jetzt leben wir im Glauben, wir schauen nicht. Wir wissen als Gemeinde Jesu Christi, dass Jesus mitten unter uns ist. Er ist hier, er hört dir zu, er sitzt vielleicht sogar irgendwo neben dir, ich weiß es nicht, aber er ist hier. Wir wissen, Jesus ist in unserer Mitte, vermittelt durch die Gegenwart des Geistes in der Gemeinde Jesu Christi, aber wir sehen ihn nicht. Ich würde gerne sagen, ja Jesus ist hier oder da oder dort oder hier. Ich glaube, er ist überall, aber wir sehen ihn nicht. Und die christliche Hoffnung streckt sich aus, wenn wir endlich vom Glauben, wo wir vieles einfach im Glauben erfassen und festhalten, dazu kommen, dass wir den Glauben hinter uns lassen können, um zum Schauen überzugehen und zu sehen, ja, woran ich geglaubt habe, wird jetzt Realität. In 1. Thessalonicher haben wir gelesen, er selbst der Herr wird. Er schickt nicht irgendeinen Abgesandten und sagt, hol mir meine Gemeinde, sondern Jesus selber sagt, ich als der Bräutigam, ich gehe jetzt meiner Braut entgegen. Und ich glaube, viele von euch, die verheiratet sind, vielleicht bei manchen ist es schon länger her, vielleicht erinnert ihr euch nochmal an den Moment, gerade ihr Männer als Bräutigam, wo ihr eure Braut gesehen habt. Ich weiß, ich war im Hause Martens und ich durfte unten im Wohnzimmer stehen, das dauerte und dauerte und dauerte und auf einmal hörte ich, da die Treppe geht und mein Herz, das war so am Rasen und auf einmal sehe ich meine Braut. Wow! Fantastisch! Was für ein Moment! Oder viele haben das vielleicht gerade beim Traugottesdienst erlebt. Sie stehen hier oder wo, in welcher Kirche das auch immer war und auf einmal führt der Vater die Braut rein und ich sehe hier manche junge Männer, die heiraten, wie sie in Tränen vor Glück hier fast zerfließen und man steht und man schmunzelt und man kann nicht anders, als sich einfach von Herzen mitzufreuen. Da ist ein Bräutigam, der voller Sehnsucht seine Braut erwartet, die er einfach perfekt und wunderbar findet. Und so stellt sich Jesus vor. Ich stelle mir Jesus dem Himmel vor, wie er wartet. Dann kommt der Moment, dann gehe ich meiner Braut entgegen. Wir werden uns endlich sehen. Wir werden endlich richtig direkt Gemeinschaft miteinander haben. Der Herr kommt persönlich, der Herr selbst wird. Oder in 1. Johannes 3, Vers 2, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Ja, wir sind schon Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Was für ein wunderbarer Moment. Wir dürfen endlich Jesus sehen, wie er ist und wir werden ihm, so sagt Luther, ihm gleich gestaltet sein. Wir werden so sein, wie er. Was für eine Hoffnung, Jesus endlich mit den Augen zu sehen und ewig bei ihm zu sein, in der Gegenwart des Herrn, nicht mehr irgendwie aus der Ferne, nicht mehr nur vermittelt in einer Unsichtbarkeit, sondern direkt und klar in der Sichtbarkeit mit unserem Herrn. Und das macht letztendlich den Himmel aus, die ewige Gegenwart unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und wenn wir dann in seiner Gegenwart sind, da hat kein Teufel mehr Zugang, keine Versuchungen mehr. Wir dürfen ewig ihn ehren, ihn loben und ihn preisen, der uns erlöst und erkauft hat. Also ich stelle mir diesen Moment so wunderbar vor, Jesus endlich zu sehen. Auch hier gibt es ein altes Lied, was sich auch ein anderer Bruder immer wieder gewünscht hat, wo es im Refrain immer wieder heißt, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. Goldene Straßen, Perlen, Tor, keine Ahnung, alles was. Alles sicherlich interessant. Aber der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und erst dann wird vielleicht alles andere mich auch ein bisschen erfreuen. Aber Jesus macht den Himmel aus. Und zu ihm möchte ich hin. Ihn dürfen wir loben und preisen. Und noch ein letztes Schlagwort, Bereitschaft. Die Bibel, wenn sie über die Wiederkunft Jesu spricht, spricht auch viel über Bereitschaft. Der Tag der Wiederkunft Jesu Christi wird zwei Aspekte haben, einen positiven und einen negativen. Für die Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, schon hier auf der Erde, ist es ein Tag des Heils und der Erlösung und ein Tag der glorreichen Verwirklichung, der Hoffnung, die sie in ihrem Herzen getragen haben. Allerdings für die Ungläubigen, die Jesus nicht als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, die nicht an ihn glauben, die egoistisch in dieser Welt verstrickt ihr eigenes Leben geführt haben, bedeutet dieser Tag ein Tag des Gerichts und des Zorns. Diejenigen, die ihm gehören, werden bereit sein. Sie sind diejenigen, die wachen, die ihren Herrn erwarten werden, wie bei dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen, die vorbereitet sind, die nicht an Jesus glauben, ihn wird dieser Tag erreichen und erwischen wie ein Dieb in der Nacht. Dort, wo man nicht mit ihm rechnet, da steigt der Dieb auf einmal ein und plündert die Bude aus. Und sie sind vollkommen überrumpelt. Und deswegen hat die Bibel eine klare Botschaft. Jesus selber sagt in der Endzeitrede, Matthäus 24, 25, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Dann Kapitel 25, seid also wachsam, sagte Jesus, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Ja, keiner von uns weiß, wann Jesus wiederkommt. Wir können es nicht berechnen. Die Bibel hat einige Zeichen gegeben, die sich intensivieren werden vor der Wiederkunft Jesu Christi, aber das lässt uns trotzdem nicht irgendwas berechnen oder irgendwas festhalten, dass wir sagen, ah, jetzt kommt Jesus oder ah, jetzt kommt er noch lange nicht. Sondern wir wissen es nicht und deswegen Wachsamkeit. Immer bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Und wie sieht diese Bereitschaft aus? Ganz praktisch möchte ich uns wieder drei Worte einfach nennen. Wie bist du bereit bei der Wiederkunft Jesu Christi? Erstens, du bleibst. Du bleibst in Jesus. 1. Johannes 2, 28. Ja, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Denn wenn wir so mit ihm verbunden sind, werden wir bei seinem Wiederkommen zuversichtlich vor ihm treten können und stehen nicht beschämt vor ihm. Wenn wir jetzt schon ganz nah bei Jesus sind, ganz nah mit Jesus leben, das heißt durch Gebet, durch Bibellesen, durch eine innige Beziehung in der Gemeinde Jesu Christi. Wenn wir nah bei Jesus sind, dann überrascht uns das nicht, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir nicht beschämt vor ihm stehen, sondern wir werden ihn freudig erwarten mit einer großen, tieferen Dankbarkeit im Herzen. Zuversichtlich. Aber wenn wir weit weg von Jesus sind, dann werden wir vielleicht beschämt werden. deswegen das Erste, um bereit zu sein, bleib bei Jesus. Lebe jetzt schon ganz nah mit ihm, auch wenn du ihn nicht siehst, im Glauben, mit Jesus verbunden sein, mit der Gemeinde Jesu Christi. Dann ein zweites Schlagwort, Heiligung, lebe in der Heiligung. 2. Petrus 3, Vers 11. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, und hier geht es darum, dass am Ende, wenn Jesus wiederkommt, Himmel und Erde vergehen werden, und er sagt, wenn sich das alles so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen. Wenn wir wissen, Jesus kommt, das alles wird vergehen. Meine Schätze, mein Geld, meine Karriere, mein Status, all das, alles in dieser Welt, es wird alles vergehen. Und wenn wir wissen, dass dann nur noch der verherrlichte Christus im Zentrum steht, ja sollten wir dann nicht jetzt schon alles dafür tun, uns jetzt schon diesem Gott ganz zu weihen, mit unserem Geld, mit unserem Hab und Gut, mit unserer Zeit, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Gaben, schon jetzt Jesus nachfolgen, schon jetzt sich für ihn einsetzen. Heiligung bedeutet etwas für Gott absondern. Und wenn wir uns heiligen, dann sondern wir uns für Gott ab. Jetzt nicht, dass wir die Welt räumen, das haben wir ja vorhin gehabt, sondern in dem Sinn, dass wir sagen, wir stellen uns Gott noch mehr zur Verfügung. Sein Geist darf uns noch mehr erfüllen. Das ist die Heiligung. Und noch ein drittes, Reinigung. 1. Johannes 3, Vers 3. Da war die Verse vor, da war gerade die Hoffnung, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt dann, wer auf so etwas hofft, also Jesus zu sehen, wie er ist, wird immer darauf achten, sich von der, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein, wie er. Hier ist eine Tatsache beschrieben, die auch wir Christen natürlich erleben. Wir sündigen, ja. Wir sind noch lange nicht perfekt. Wir leben in einer gefallenen Welt und leider, ja, Gott sei es geklagt, auch wir sündigen, auch wir fallen. Auch wir als Christen, die mit Jesus Leben tun, Dinge, die Gott nicht gefallen und die uns von Gott trennen. Aber wir haben das Gnadenmittel der Erlösung Jesu Christi auf unserer Seite. Das vergossene Blut Jesu Christi, was uns reinwäscht von allen Sünden und in der Reinigung zu leben bedeutet, ja, Sünde immer wieder zu bekennen und sie unter das Kreuz zu bringen durch ein Gebet, ganz schlicht und einfach, Jesus, es tut mir leid, dass ich gerade das oder jenes wieder getan oder gedacht habe oder wie ich den behandelt oder mit dem geredet habe. Bitte vergib mir, reinige mich durch dein Blut. Und die wunderbare Botschaft ist, dass uns vergeben wird. Wir werden wieder gereinigt. Und das ist das Leben eines Christen. Nicht sündlos, nicht in Perfektion, aber in Reinigung. Dort, wo Schmutz, dort, wo Dreck kommt, reinigen, ablegen. Und wir wollen unseren Auftrag in dieser Welt wahrnehmen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns verbleibt. Deswegen wollen wir den Auftrag Jesu umsetzen, Zeuge sein, Evangelisation, persönliche Evangelisation. Wir wollen uns für den Herrn einsetzen in seinem Dienst. Jetzt könnte jemand hier sitzen und sagen, ja Willi, das mit Jesu Wiederkunft, das verzieht sich ja jetzt schon 2000 Jahre. Und du erzählst uns, der kommt bald. Auch dazu sagt die Bibel was. Weil es gab schon immer so eine Spötter, die gesagt haben, ach Wiederkunft Jesu, das sind diese Christen, die haben irgendwie so eine Meise. Die haben so einen Tick, die erzählen da irgendwas von irgendeinem wiederkommenden Herrn. Und Petrus geht genau auf diese Frage ein und greift sie auf und sagt, der Herr verzögert nicht seine Zusage, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Jesus sendet seine Botschafter, seine Jünger, seine Nachfolger, uns als Gemeinde in diese Welt mit dem Evangelium und er verzieht, weil er Geduld hat. Und er sagt, ja, auch die Menschen müssen noch das Evangelium hören. Und auch die Menschen müssen noch das Evangelium hören. Und Bibelkenner von euch wissen, dass das ein Zeichen der Wiederkunft Jesu Christi sein wird, dass das Evangelium in der ganzen Welt, also in allen Nationen verkündigt wird. Und deswegen verzieht Gott. Nicht, weil er nicht fähig ist, seinen Plan einzuhalten oder nicht, weil er irgendwie sagt, naja, das erfüllt sich alles nicht, sondern er verzieht ganz bewusst, um zu sagen, hey, auch deine ungläubigen Nachbarn, deine ungläubigen Arbeitskollegen, deine ungläubigen Familienangehörigen, deine Freunde aus dem Sportverein oder welchem Verein auch immer, dort, wo du dich aufhältst, auch sie sollen noch das Evangelium hören. Auch sie sollen noch gerettet werden. Und Gott hat Geduld. Und er wartet und verzieht nicht, aber es wird dieser Moment kommen, wo er dann seine Wiederkunft bereit machen möchte. Ich möchte schließen, indem ich uns ein Glaubensbekenntnis vorlese von einem afrikanischen Märtyrer. Ein afrikanischer Märtyrer, also kurz bevor er für seinen Glauben gestorben ist, hat er folgende Worte niedergeschrieben. Die habe ich aus dem Buch, Was du im Himmel nicht mehr tun kannst. Und wo ich das gelesen habe, war ich tief getroffen. Und ich möchte euch einfach dieses Bekenntnis mitgeben und einfach für dich, könntest du es unterschreiben. Könntest du sagen, ja, ich mache mich eins mit diesem afrikanischen Bruder. Hier heißt es folgendermaßen seinem Glaubensbekenntnis. Ich bin Mitglied der Gemeinschaft derer, die sich nicht schämen. Die Würfel sind gefallen. Ich bin über die Linie gegangen. Die Entscheidung ist gefallen. Ich bin ein Jünger Jesu Christi. Ich werde nicht zurückschauen, aufgeben, langsamer werden, umkehren oder stehen bleiben. Meine Vergangenheit ist vergeben. Meine Gegenwart hat Sinn. Meine Zukunft ist sicher. Ich habe die elende Lebensweise aufgegeben, nach dem Sichtbaren zu leben, das kleine Planen, die weichen Knie, die farblosen Träume, die faden Visionen, das banale Reden, das billige Geben und die verkümmerten Ziele. Ich habe mit allem abgeschlossen. Mein Schritt ist fest. Mein Gang ist schnell. Mein Ziel ist der Himmel. Meine Straße ist eng. Mein Weg ist Raum. Meine Begleiter sind wenige. Mein Führer ist vertrauenswürdig. Meine Mission ist klar. Ich werde nicht aufgeben, zurückgeben, nachlassen oder schweigen, bis ich für die Sache Christi gepredigt, gebetet, gezahlt habe. Ich muss gehen, bis er zurückkommt. Hingeben, bis ich falle, predigen, bis alle es wissen und arbeiten, bis er kommt. Und wenn er kommt, um die Seinen zu holen, wird er keine Schwierigkeiten haben, mich zu erkennen. Meine Farben sind klar. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Was für ein wunderbares Bekenntnis. Ich würde sagen, ein Bekenntnis eines Mannes, der den wiederkommenden Christus vor Augen hatte. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, dass dieser Himmelfahrtsgottesdienst uns eine Sehnsucht nach dem wiederkommenden Jesus gegeben hat oder zumindest ein Funken in uns geweckt hat, den wir in der nächsten Zeit etwas weiter verfolgen. Möge der Herr uns segnen auch im Nachdenken über diese Worte. Amen.